Wir begrüßen Sie ganz herzlich zur fünften Folge des Corona-Update mit dem Kantonsarzt Thomas Steffen. Schön sind Sie hier. Die Corona-Krise bedroht unsere Gesundheit. Dabei ist aber nicht nur das Virus selber eine Bedrohung, sondern auch die Umstände – Isolation, Quarantäne, all die verschiedenen Massnahmen – schlägen auf unsere psychische Gesundheit. Bei meinem Kontakt mit der Bevölkerung spüre ich eben auch, dass es eine Einordnung braucht. Das hat Thomas Steffen in einem Interview gesagt. Und genau diese Einordnung wollen wir heute in unserem Corona-Update liefern. Zuerst, Thomas Steffen, möchten wir aber auf die aktuelle Situation eingehen. Man gehört von weniger Fällen. Es wird geimpft. Wie schätzen Sie die momentane Situation ein? Ja, es war wirklich ein interessanter Monat, der Januar. Wir hatten auch freulicherweise einen Rückgang. Der war am Anfang besonders deutlich. Das ist eigentlich üblich bei solchen Exponentialfunktionen. Die schiessen rauf, aber die gehen auch relativ schnell runter. Und es wird jetzt in den nächsten Tagen spannend, wo auch die nächsten Massnahmen wirken sollten, ob das so weitergeht. Also von einer Entspannung kann man doch noch nicht ganz reden? Nein, ich glaube wirklich in einen sicheren Bereich kommen wir, wenn wir dann noch bei ein paar Hundert Fällen in der Schweiz pro Tag sind. Dort sind wir doch noch einiges weg. Trotzdem, wir wollen heute über die psychische Gesundheit reden. Ein wichtiges Thema in dieser Pandemie. Herr Steffen, es ist eine Situation, wie sie wahrscheinlich niemand kennt hätte. Was macht diese Pandemie mit uns? Eigentlich ganz verschieden. Und man kann sich ein bisschen selber dabei beobachten. Es gibt Menschen, die sich eher zurückziehen. Es gibt Menschen, die eher den Puls hochgehen und sie verrückt werden. Widerstand zeigen, es ihnen wirklich nicht besonders gut geht von der psychischen Verfassung. Insgesamt, wenn man die Statistiken anschaut, mindestens die, die es bis zum Oktober gibt, haben sich die Menschen eigentlich recht gut gehalten. Aber es nackt langsam. Wir wollen natürlich dann auch auf die Entwicklung eingehen. Sie haben jetzt gerade Zahlen aus dem Oktober angesprochen. Die Entwicklung, auf die, wollen wir dann ein bisschen später darauf eingehen, aber dass das Ganze so lange dauert. Was hat das für einen Einfluss auf die Menschen? Es ist natürlich so, wenn man sich an die erste Welle zurückerinnert, das war irgendwo überschaubar. Man hat zuerst gemerkt, das steigt an, das ist jetzt gar nicht mehr gut. Dann kamen die Massnahmen, das war völlig neu für uns. Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, das geht doch noch recht drastisch wieder zurück und funktioniert. Wir hatten vielleicht ein wenig die Hoffnung, das war es jetzt. Jetzt sind wir vor etwas, wo wir merken, okay, das geht jetzt schon seit Monaten und wird noch einige Monate mindestens brauchen. Vielleicht tut die Frage gerade an Sie. Als Kantonsarzt, da stellt man sich vor, Sie beschäftigen sich mit dem Virus. Wie sehr ist psychische Gesundheit ein Thema von Ihrem Job? Es ist natürlich ein grosses, weil entscheidend ist immer, was passiert mit den Menschen. Und dort ist Psyche, wenn es ihnen geht, etwas sehr Entscheidendes. Wir merken es schon bei den Zuschriften. Also man kann aus den Zuschriften, aus den Mail, aus den Kommentaren eigentlich gut lesen, wo die Leute im Moment stehen, was sie bewegt. Und im Moment merkt man so Menschen, die offensichtlich psychisch auch unter dieser Last leiden, die Mail werden häufiger. Man hat mit den Weihnachtstagen jetzt so in der jüngsten Vergangenheit etwas gehabt, wo sich ganz viele Leute daran festheben konnten und einfach ein bisschen darauf hingeschafft haben, auf die Feier- und Festtage. Ich denke, jetzt fehlt so ein bisschen ein Ziel. Man hat auch keine Fasnacht in Baselstadt, wo man sich irgendwie darauf freuen kann. Man weiss irgendwie nicht so recht. Was ist das Nächste? Wie empfinden Sie das? Es ist sicher so. Also das mit der Fasnacht hat auch in der Schweiz gut funktioniert. Das ist nicht selbstverständlich. Es gab Länder, in denen genau das Umkehrte basiert ist an Fasnacht. Also das hätte uns als Ziel geholfen. Jetzt ist es so ein bisschen schwierig. Man hört, es muss noch mehr geimpft werden. Man hört, es könnte ein Mutant sein, der Probleme macht. Und von dort her empfehle ich stark, sich persönliche Ziele zu geben. Also wie gestaltet man die nächste Woche? Was ist gut? Wo mache ich etwas, das man gut tut? Also dort Hilfe haben und immer ein bisschen den Horizont behalten, dass es doch im Frühling, Sommer lockerer werden sollte. Sie haben gesagt, dass man sich persönlich irgendwie an so ein Ziel setzt. Können Sie da ein Beispiel machen? Ja, das kann ganz verschieden sein. Also man kann sich zum Beispiel vornehmen, dass wenn das und das klappt, dann macht man sich ein gutes Essen. Oder man schaut beim Homeoffice, dass man doch einen gewissen Rhythmus eingehalten. Also von dort her schauen, dass man eine Struktur bekommt, dass man auch selber ein bisschen Sinn findet in dieser ganzen Geschichte. Das kann auch sein, das hilft vielen Leuten, dass man anderen hilft, dass man zum Beispiel mit der Grossmutter virtuell Kontakt aufnimmt, dass sie einem zweimal in der Woche sieht, das hilft den beiden. Also von dort her Sinn finden, ist im Moment etwas, das ganz stark hilft. Wie ist das denn, wenn ich jetzt merke, es geht mir nicht gut, ich habe psychische Probleme, ab welchem Punkt soll ich mir Hilfe suchen, professionelle Hilfe, wann ist dieser Punkt da? Ich sage eigentlich, bei den körperlichen Krankheiten immer das Gleiche. Also wenn einem die Leute früher bei der normalen Grippe gefragt haben oder bei schweren Verkältungen, ab wann muss ich zum Arzt? Eigentlich dann, wenn ich das Gefühl habe, ich habe es selber nicht mehr im Griff. Also die Krankheit macht mit mir und ich habe die ganze Situation nicht mehr im Griff. Dann ist es gut zum Arzt gehen und sich beraten lassen. Wo würden Sie denn empfehlen, Arne zu gehen im Fall von psychischer Gesundheit als erstes, auch zum Hausarzt? Das kann unterschiedlich sein. Das kann doch Hausarzt sein. Wenn man dort einen guten Kontakt hat, ist das oft ein idealer Zugang. Es gibt aber auch verschiedene, auch schon virtuelle Hilfen, also 147. All diese Hilfsmöglichkeiten, zum Beispiel die Homepage durchzuschnaufen, wo ganz viele Angebote sind. Das hilft oft schon bei milderen Situationen, wo man das Gefühl hat, so richtig gut geht es mir nicht mehr, dass ich auf neue Gedanken komme. Und offenbar brauchen das auch tatsächlich viel mehr Leute. Wir haben das eben vorhin angesprochen. Wenn wir das vergleichen mit dem ersten Shutdown im Frühling, ist die Zahl der Personen, die unter schwer depressiven Symptomen leiden, stark angestiegen. Hier haben wir eine Umfrage der wissenschaftlichen Taskforce des Bundes. Die zeigt, im April 2020 war das eine Befragung mit knapp 9 %, die depressive Symptome hatten. Im November waren es dann doch schon 18 %. Wie ordnen Sie diese Zahlen ein? Ich denke, das ist wirklich der Spiegel dieser Belastung. Wir wissen auch im Jugendbereich, dass das Gehäfte ist, wo uns im Moment sehr Sorgen macht. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, wo es wirklich behandlungsbedürftig wird, gehört es auch wirklich zu den professionellen Helfern. Aber man kann präventiv etwas machen. Und dort sind eben die Gedanken, sich Struktur geben, Abwechslung geben, sei es auch virtuell Kontakt pflegen, das hilft. Haben Sie sich dort auch selber schon einmal erwischt, dass das eben nicht immer so einfach ist jetzt? Oder dass es im Frühling eben noch einfacher war als jetzt in dieser zweiten Welle, die lange dauert? Das ist sicher so. Also ich merke, dass es keine Veranstaltungen mehr gibt. Oder es gibt morgen, wo ich denke, heute gehe ich zum Mittagessen noch mal etwas Gutes. Und dann merke ich, ja, das geht gar nicht. Das ist trotzdem, dass ich eigentlich privilegiert bin, weil ich viel Arbeit habe. Und das gibt einem natürlich eine Spur und hilft. Aber das sind so Sachen, wo man dann merkt, okay, die Welt ist doch schon lange anders. Ich glaube, die Probleme gehen ja auch weit auseinander. Gewisse haben gesundheitliche Probleme, andere existenzielle sogar, weil sie nicht arbeiten können. In einer ganzen Pandemiesituation, die UPK sagt eben, man soll trotzdem in Kontakt bleiben mit Leuten. Wie schwierig ist das hier die Balance finden zwischen Kontakt bleiben, aber eben dann soll man ja trotzdem nicht zu viel Kontakt haben. Was empfehlen Sie hier? Ich glaube, die Weihnacht ist wirklich in der Schweiz dort ein gutes Beispiel gewesen. Wir hatten alle das Bedürfnis, dass wir wieder einmal Kontakt haben. Und umgekehrt hat man sich dabei Regeln gegeben. Also man kann sich auch bei den Kontakten im kleinen privaten Rahmen gut schützen. Ich habe gerade kürzlich von einer Grossmutter gehört, wo die Enkel, die auch schon fast erwachsen sind oder erwachsen sind, gesagt haben, wir legen jetzt Masken an, aber wir besuchen die und wir halten Abstand. Das geht prima und das ist natürlich für beide Seiten ganz toll. Also kann man eigentlich sagen, der Geist von diesen Feier- und Festtagen, den muss man eigentlich wieder hoch beschwören? Das ist so ein bisschen der Geist an Weihnachten. Ich glaube, da gibt es sogar irgendeinen Trickfilm darüber. Ja, ich glaube, der Geist, dass man mit Kreativität, mit einem gewissen Schwung, dass man das jetzt will, doch recht weit kommt. Wieso ist das denn zum Beispiel für ältere Menschen, die jetzt eben vielleicht nicht so bewandt sind in der Technologie, vielleicht auch wirklich niemand mehr haben, wo sie Kontakt haben können? Was sollen die machen? Ja, es gibt auch dort Hilfsangebote von der dargebotenen Hand, wie auch dort immer wieder den Angehörigen gesagt, wenn man ein Älteres hat, das dort nicht so klar kommt. Es kann eine Karte sein, die man schickt, es kann ein Telefon sein. Also das hilft, damit man Brücken baut. Aber es ist sicher immer noch die Distanz, die man hier hat, oder? Und das ist wahrscheinlich schon das, wo ganz ein Haufen jetzt im Vergleich zum Frühling, zu einer ersten Phase der Pandemie, wo der grosse Unterschied ist. Das ist der grosse Unterschied. Und darum hat die Schweiz eigentlich auch immer darauf gesetzt, dass man nicht total alles blockiert. Also wir hatten nie eine Ausgangssperre. Auch jetzt sind Kontakt möglich. Darum sage ich, dort hat die Leute immer wieder, bevor es zu schwer wird, lieber einen geschützten Kontakt, das geht und schauen, dass man wieder in ein Gleichgewicht kommt. Das ist wesentlich. Also die Psyche, dass man das Gefühl hat, ich habe so wieder meine Balance. Das ist eigentlich ganz wesentlich, dass wir durchkommen. Und auch kein schlechtes Gewissen haben. Genau. Also wenn man das kontrolliert, gut macht, massvoll macht, muss man wirklich kein schlechtes Gewissen haben. Ja. Es herrscht eine Homeoffice-Pflicht. Reden wir noch schnell über das. Viele Leute verbringen viel Zeit zu Hause zu den eigenen vier Wänden. Wie kann man diese ein bisschen spannender gestalten? Gibt es hier Tipps, die Sie haben? Ja, auch das ist natürlich wieder eine Temperamentsfrage. Ich würde allen empfehlen, sich möglichst eine Struktur zu geben. Also die Schwierigkeit von, das kommt ja auch immer wieder so ein bisschen karikiert, von man ist in der Turnkleider oder im Pyjama und macht PC, aber geht natürlich. Aber es tut mit der Zeit der Psyche gar nicht so wahnsinnig gut, weil die verliert sich ein bisschen in dieser Strukturlosigkeit. Also Menschen brauchen gewisse Regeln, gewisse Strukturen. Wenn sie diese völlig verlieren, dann verlieren sie auch ein bisschen ihre Psyche. Also von dort her sich einen eigenen Rhythmus geben, schauen, dass man auch zu normalen Zeiten isst, dass sich das nicht alles anfühlt zu verschieben. Wir haben zum Beispiel hier im Betrieb angefangen mit einer virtuellen Kaffeepause von denen, die im Homeoffice sind. Also das gibt auch noch Zusammenhalt ins Ganze. Wie nehmen Sie das Ganze, wo beim Homeoffice auch wieder ein bisschen der Vergleich aus dem Frühling 2020 und der Phase, in der wir jetzt sind? Ich denke, in der ersten Phase war alles ein bisschen neu. Es war irgendwie, es war aufregend. Man hat eben sich gerne vorabredet, vor dem Computer zu einem Bier zu trinken. Und jetzt ist es so, dass ... Ja, wir sind immer noch drin. Eindeutig. Also viele haben mir gesagt, es sei ein bisschen Abenteuerreise gewesen. Irgendwie noch spannend, so etwas ist noch nie passiert. Und jetzt merkt man, es wird alles gleich. Also die Videokonferenz, die zum X einmal einfriert, das war in der ersten Welle sehr lustig. Und jetzt denkt man, oh Gott, wäre man doch noch an einem Schreibtisch zusammen oder an einem Tisch. Das ist schwierig. Ich glaube, da hilft wirklich nur ein bisschen die eigene Einstellung, dass man wirklich versucht, es positiv aus diesen Situationen zu nehmen. Lassen wir es sich ein bisschen in den Schmerz reinfallen, wird es gewöhnlich noch anstrengender. Denken Sie dann, das wird noch einen Moment gehen, bis die Leute wieder aus ihrem Loch draussen sind, auch wenn jetzt die Pandemie dann mal fertig ist? Das ist eine ganz schwierige Frage. Wenn man es so ein bisschen geschichtlich anschaut, dann hat man den Eindruck, bei der spanischen Grippe ist etwas anderes passiert, vielleicht auch nicht optimal. Es war irgendwann dann wirklich Schluss oder weitgehend Schluss und die Leute haben es möglichst schnell vergessen. Also man findet ganz wenige Quellen, dass die Leute darüber gross geredet haben, sondern sie hatten es einfach satt und gingen ins neue Leben. Ob es so einfach wird, das ist eine andere Frage. Aber ich glaube, das weiss man auch aus anderen so grossen Krisen, die Leute haben dann ganz viel Energie, wieder ins Neue zu gehen. Und da ist sehr viel Druck und das fährt dann schon anleben. Also da bin ich optimistisch. Wem fährt das Leben noch? Das haben Sie uns lustig gemacht. Ja, genau. Es wird bei dieser Geschichte halt etwas Schrittweises. Wir wissen jetzt, die Impfung wird mehr und mehr aufgebaut werden in den nächsten Monaten. Das schützt ganz viele Menschen in der Risikogruppe. Man wird dann mehr aufmachen können, wie wir das genau machen. Das ist noch offen. Das dürfte relativ kompliziert werden, dass man nicht zu viele aufmacht und dann doch wieder sehr viele betroffen sind. Und so rechne ich damit, dass wir im Laufe des Frühlings-Sommer dann doch Schritt für Schritt Erleichterungen bekommen, wo wir dann auch das Gefühl haben, es ist mehr Luft. Aber diese Schritte dann zum Lockern, die werden wahrscheinlich dann auch für die psychische Gesundheit auch extrem schwierig gewesen, oder Thomas Steffen? Weil dann haben wir die einen, die vielleicht etwas schon dürfen und die anderen, die dürfen es noch nicht. Das ist mit der Grund, warum wir nicht Freunde sind von solchen Sachen wie Impfpass und Ähnlichem. Weil man trägt solche Situationen am besten, wenn man das Gefühl hat, es trifft etwa alle gleich. Dann spielt es etwas Solidarisches und man weiss, der andere ist auch betroffen. Dann, wenn eine Gesellschaft oder ein Völkerungsgefühl hat, sagt, das ist jetzt ziemlich ungerecht. Der eine darf, der andere darf nicht. Dann wird es sehr schwierig. Weil dann tut es wirklich weh. Und ich glaube, eines dürfen wir ja auch nicht vergessen, in dieser ganzen Zeit. Es geht natürlich immer noch darum, die Leute zu schützen, die besonders betroffen sind, die besonders gefährdet sind. Und das hat unter anderem auch Cura Viva Basel-Land, den Verband der Alters- und Pflegheime angesprochen, der ja auch gesagt hat, dass die Gesellschaft momentan so ein bisschen Mühe hat mit dem Gedanken, dass in Heim gestorben wird. Weil es halt einfach viele Leute in den Heim sind, die es getroffen hat. Wie nehmen Sie das wahr? Das denke ich, ist eines der ganz grossen Themen, die wir möglicherweise auch mitnehmen werden. Das ist rund um Tod und Sterben. Wir machen ja alle diese Massnahmen gemeinsam, damit möglichst wenig Menschen sterben oder schwer krank werden. Das ist das Grundziel, das glaube ich alle haben. Die Schwierigkeit, die wir sehen, es gibt einen Teil, den wir nicht beeinflussen können. Wir versuchen möglichst viel zu machen. Und es gibt auch grosse Diskussionen, was ist, welcher Pegel der richtige. Aber es gibt einen Teil, der bleibt schicksalshaft. Und das Umgehen mit dem Schicksal und dem Tod ist wirklich für unsere Gesellschaft, die Tod fast nicht thematisiert und ein grosses Tabu herum macht, noch schwieriger, als es so schon ist. Denken Sie, das wird sich verändern? Das ist eine gute Frage. Geht man auch wieder in Geschichten, merkt man rund um Tuberkulose. Hat die Gesellschaft dann ein, zwei Generationen das mitgenommen als Thema? Das hilft manchmal auch beim Leben, dass man sich der Endlichkeit bewusst ist. Das gibt im Leben noch mal einen anderen Boden. Ob wir dort die Kurve gut bekommen, das wird die Zukunft zeigen. Es wäre uns eigentlich zu wünschen. In dem Sinne, dass es hilft, wenn man mit diesem Thema bewusst umgehen kann, weil man vielleicht auch das Leben besser gestalten kann. Jetzt noch schnell, ohne zu persönlich zu werden, am Schluss. Wie ist es Ihnen in dieser Zeit ergangen? Sie haben gesagt, Sie hatten viel zu tun, trotzdem so psychisch. Wie geht es Ihnen da? Ich habe bei mir vor allem gemerkt, es kann relativ anstrengend werden, wenn ich Pausentage einlege. Das klingt jetzt ein bisschen unheimlich, aber es war tatsächlich so. Also es wieder in den Rhythmus kommen, was dann zum Teil sehr fordernd ist. Das Switchen zwischen mehr Pausen und weniger, das habe ich gemerkt, das ist ein kritischer Punkt. Also das kostet mir ziemlich viel Energie. Aber umgekehrt haben wir sie lernen. Ich brauche diese Zeit. Ich muss schauen. Ich habe gemerkt, in kleineren Portionen ist es fast besser. Jeden Tag eine Stunde ist es besser, als einmal einen Tag, Vollpause, und dann habe ich den Kopf doch halb in der Mail. Und Sie haben ja gesagt, an dieser Stelle ja schon einmal, Sie können auch ein bisschen abschalten. Zwergkarnelen haben Sie hier erwähnt. Da haben wir auch viele Reaktionen bekommen. Ah ja. Haben Sie Zeit für sie auch? Ja, sie sind nicht verhungert. Also möglicherweise, weil ich nicht so viel mache, geht es ihnen fast besser. Sie hatten recht viele Junge. Dann, wenn ich jemanden reinpfusche in ihre Welt, das mögen sie gar nicht besonders. Aber das ist schon etwas Wichtiges, dass man eben das hat. Und auch einfach einmal nichts mit Corona. Das ist so. Ich habe auch fast ein bisschen befürchtet, ich kann nachher nicht mehr hören. Auch gerade in der ersten Welle habe ich so Leonard Cohen auf und runter gelost. Ich weiss nicht genau, warum ich das gemacht habe, aber irgendwie hätte es mir Kalt gegeben. Ich habe dann befürchtet, dass man schon mit anderen, Grönemeyer ist so ein Beispiel, da habe ich so viel gelost, dass man ihn heute nicht mehr hören kann. Aber bei Leonard Cohen ist es zum Glück bis jetzt nicht passiert. Und ist es dort eben auch wichtig, und das vielleicht auch als Tipp für alle zu Hause, dass man sich dann nicht wieder Gedanken macht, ja, aber der Herbert Grönemeyer, der könnte ja jetzt gar nicht in einem vollen Stadion spielen, sondern dass man das einfach geniesst, damit es in den Erinnerungen vielleicht auch schwelgt. Genau, in den Erinnerungen schwelgen, das Gefühl, ich bin in diesem vollen Stadion, das hilft enorm. Wie oft hilft es so, gewisse Bad News einfach zu ignorieren und einfach mal ein bisschen sich zurückzunehmen von den Medien, ein bisschen Abstinenz? Ich habe bei mir so die Regeln ganz weggelegen kann ich es nicht, weil es ist ein bisschen Teil der Geschichte, die abläuft. Ich suche die Medien ein bisschen mehr aussuchen. Also ich suche es auch ein bisschen nach meiner Stimmung aus. Wenn ich Sachen brauche, die mich aufbauen, dann nehme ich diese Medien, wenn ich mich eher ein bisschen schauen will, wie funktioniert gerade die Welt, wo sind andere Strömungen, ich nehme wieder andere. Also von dort her, ich bin ein bisschen bewusster als früher, weil ich gemerkt habe, gewisses an Bad News tut mir tatsächlich nicht gut. Eben auch das, was ein bisschen Mut machen soll. Genau. Und ich glaube, das dürfen wir auch sagen, dass wir das ja auch machen wollen, oder? Genau, Mut und Einordnung, weil das ist etwas ganz Entscheidendes. Ich glaube, in dem Moment, wo man das Gefühl hat, überblickt gar nichts mehr und es macht wieder mit, dann wird es wirklich sehr anstrengend für euch. Gut. Das wäre es schon wieder gewesen vom Corona-Update. Wir sehen uns in zwei Wochen weiter. Und dann reden wir darüber, über die neuen Massnahmen und wie die im Kanton Basel-Stadt wirken können. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank dem Kantonsarzt Thomas Steffen für diese Einordnung. Und Sie haben es alle zusammen gehört, ein bisschen Mut tut eben auch in der aktuellen Zeit gut.